Heute gibt es mal ein Informationsvideo zum Thema Einsteigen bei Stampin' Up. Ich habe ein paar Fragen im Vorfeld gesammelt, auch ein paar Fragen von meiner Webseite von stempelwies.de nochmal mit aufgenommen, die trotzdem auch immer wieder gestellt werden, wenn ich per E-Mail angeschrieben werde oder angerufen werde. Deswegen habe ich einfach mal alle Fragen, die mich ständig erreichen, also die öfters gestellt werden quasi, habe ich jetzt einfach nochmal aufgeschrieben und werde die heute im Video beantworten. Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen oder mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen oder was auch immer. Also sollte irgendwas fehlen, einfach melden. Ansonsten hoffe ich, dass ich viel davon abgedeckt bekomme. Fangen wir an. Was ist ein Demonstrator? Als Demonstrator von Stampin' Up führst du die Produkte von Stampin' Up vor und verkaufst diese. Die Produkte gibt es nicht im Handel. Das heißt, Stampin' Up ist ein Direktvertrieb, ein Direktvertrieb für Bastelartikel. Und als Demonstrator ist es halt deine Aufgabe, mit den Produkten zu arbeiten, diese auch zu verkaufen. Und wenn Kunden Fragen haben, dass man dann eben auch die Fragen und die Probleme klären kann. Die Produkte verkaufen kannst du direkt online, kannst du über Workshops, kannst du direkt an Freunde, an Nachbarn. Wie du das machst, das ist dann komplett dir überlassen. Was muss man investieren, um Demonstrator zu werden und auch zu bleiben? Um Demonstrator zu werden, kauft man ein Starter-Set. Das Starter-Set ist im ganzen Jahr als Angebot für 129 Euro und man kann sich Produkte aussuchen für 175 Euro. Also wie das Starter-Set ausschaut, das ist komplett dir überlassen, weil es gibt ja viele, die haben schon eine Auswahl an Werkzeugen und Produkte. Das heißt, die starten nicht komplett bei Null und wollen vielleicht sich davon Kleber und Papier kaufen. Wenn du aber komplett anfängst mit dem Hobby basteln, dann kannst du natürlich auch dir Stempelsets aussuchen und Stempelkissen. Also ist komplett egal, was du brauchst. Das packst du einfach in dein Starter-Set und zahlst dann dafür die 129 Euro. Es gibt das Jahr über auch verschiedene Angebote. Du kannst gerne auch mein Newsletter abonnieren, wenn es Angebote fürs Einsteigen zum Beispiel kommt. Und auch für andere Angebote werde ich dann natürlich immer gegebenenfalls dann den Newsletter verschicken. Und um Demonstrator zu bleiben, muss man einen gewissen Mindestumsatz bringen. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Was muss man tun, um aktiv als Demonstrator bleiben zu können? Es ist so bei Stampin' Up, dass man einen gewissen Mindestumsatz machen muss. Dieser Mindestumsatz ist im Moment ca. 365 Euro im Quartal. Quartal heißt immer ein Geschäftsquartal. Das ist das Jahr über Januar, Februar, März ist ein Quartal. Und dann April, Mai, Juni ist das nächste Quartal und so weiter. Also immer drei Monate hat man Zeit für die 365 Euro. Wenn man das in dem Quartal nicht schafft, bekommt man den nachfolgenden vierten Monat Zeit und kann in diesem vierten Monat die restliche offene Differenz noch erarbeiten. Am Anfang, wenn man einsteigt, ist es ja je nachdem wann man einsteigt, ist das Quartal ja angerissen. Das heißt, hier zählt das nächste volle Quartal. Wenn man zum Beispiel im Januar einsteigt und damit ist das erste Quartal angerissen, zählt das nächste volle Quartal, das halt von April bis Juni geht. Und man hat dann halt bis Juni Zeit für die ersten 365 Euro plus den darauffolgenden Monat. Also quasi über ein halbes Jahr. Zählt das Starter-Set zum Umsatz? Nein, das Starter-Set ist ein eigenes Angebot für sich. Da kann man keine Vorteile einlösen, also zum Beispiel auch keine Celebration-Produkte. Und es zählt auch nicht zu deinem ersten Mindestumsatz. Wenn man mehr als 365 Euro im Quartal macht, geht dann die Differenz drüber ins nächste Quartal. Nein, jedes Quartal ist für sich. Und wenn man jetzt zum Beispiel 600 Euro im Quartal macht, dann bleiben diese 600 Euro in diesem einen Quartal. Das heißt, die Differenz, die über diese 365 Euro kommt, geht nicht in das neue Quartal über. Man beginnt jedes Quartal wieder bei Null. Wenn man einsteigt, beginnt man mit 20% Rabatt, Schrägstrich Verdienst. Also wenn du selber für dich einkaufst, hast du 20% Rabatt auf die Produkte. Und wenn du diese weiterverkaufst an Freunde, Kunden, Bekannte, was auch immer, dann bleiben dir 20%. Dann gibt es interne Stufen, die man erreichen kann, je nach Umsatz und Teamgrößen. Das heißt, die nächste Stufe, die man mit Umsatz erreicht, kann man dann schon 25% Rabatt oder Verdienst verdienen. Was ist, wenn man den Umsatz nicht schafft? Wenn man jetzt im Quartal diesen Mindestumsatz nicht erreicht und auch in den folgenden vier Monaten nicht schafft, dann fällt man als Demonstrator raus. Also man wird dann auf inaktiv gestellt. Es passiert aber nichts. Also man kriegt keine Strafe, muss irgendwas zahlen oder irgendwas zurückgeben. Man fällt dann einfach raus. Wie kann man kündigen? Es gibt zwei Varianten. Also zum einen kannst du einfach aufhören zu bestellen. Das heißt, sobald dann klar ist, dass du nach einem Quartal deinen Mindestumsatz nicht schaffst, dann fällst du automatisch raus. Wenn du aber kündigen möchtest, kannst du das natürlich auch jederzeit tun. Gerne auch per E-Mail. Einfach deine Kündigung schreiben an den Support von Stampin' Up. Und ja, dann geht das alles seine Wege. Wie findet man das beste Team für sich? Natürlich freue ich mich immer, wenn sich jemand für mein Team entscheidet. Aber ich finde es auch wichtig, immens wichtig, sich vorher umzuschauen, vorher den Kontakt zu suchen mit seiner zukünftigen Teamleiter und Leiterin. Es ist einfach, um rauszufinden, ob man sich grün ist, also ob man auf einer Wellenlänge schwimmt. Weil nur anhand von gebastelten Werken ist es halt immer schwer, rauszufinden, ob man überhaupt miteinander kommunizieren kann oder ob der andere vielleicht eine andere Sprache spricht wie einer selber. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen scheut euch nicht, nehmt Kontakt auf, telefoniert rum, schreibt E-Mails. Also nur so könnt ihr rausfinden, ob jemand euch sympathisch ist. Kann man das Team wechseln? Ja, kann man, aber es ist mit Auflagen verbunden. Es kann ja durchaus vorkommen, dass man sich dann doch falsch entschieden hat. Man kann kündigen und muss dann 90 Tage aussetzen. Das ist sehr wichtig. Sonst, wenn man innerhalb dieser 90 Tagen sich wieder einträgt, geht man wieder automatisch zur letzten Teamleitung. Wichtig ist auch zu wissen, du fängst komplett bei Null an. Also du kaufst das Starter-Set neu, du verlierst vielleicht deinen Titel und dein Team, was du dir schon aufgebaut hast. Deswegen ist es auch immer wichtig, sich vorher Gedanken darüber zu machen. Und was ich noch viel wichtiger finde, such vorher das Gespräch. Also es kommt ja immer darauf an, warum man wechseln will. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass viele sich unglücklich fühlen, aber sich nicht trauen, das anzusprechen. Ich finde es trotzdem wichtig, weil jede Teamleitung sollte die Chance bekommen, was besser zu machen oder was zu ändern oder sich zu rechtfertigen. Klingt hart, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist wirklich wichtig zu reden. Und wenn man dann immer noch der Meinung ist, dass das einfach nicht passt, dann, wie gesagt, 90 Tage aussetzen und neu einsteigen mit einem neuen Starter-Set. Muss man in meiner Nähe wohnen, um in mein Team einsteigen zu können? Nein, muss man nicht. Mein Team ist in komplett Deutschland, Niederlande und Österreich verstreut. In den anderen wahrscheinlich wegen der Sprachbarriere. Aber es ist vollkommen wurscht, wo du bist in diesen Ländern in Europa. Das sind ja England, Frankreich, Niederlande, Deutschland und Österreich. Also in diesen fünf Ländern ist egal, wo du sitzt, wo dein Wohnsitz ist. Wenn du in einem dieser fünf Ländern wohnst, kannst du gerne jederzeit in mein Team einsteigen. Gibt es Voraussetzungen, um in mein Team einsteigen zu können? Ja, zwei. Das erste ist Spaß. Spaß zu haben an der Sache, an sich, am Basteln, an den Produkten mit Stampin' Up zu arbeiten. Also wirklich, das ist Nummer eins und ganz oben. Und Nummer zwei ist bei mir das respektvolle Miteinander. Also es gibt immer mal Punkte, wo man sich vielleicht nicht so einig ist. Auch hier hilft wieder Reden miteinander. Das ist ganz wichtig. Oder sich jemanden suchen, mit dem man sprechen kann. Wenn irgendwie mal was quer sitzt, einfach melden. Aber ich finde es halt nicht so gut, wenn man vielleicht in Gruppen oder in meinem Teamforum, wenn man sich da vielleicht beleidigt oder sich negativ äußert. Also es gibt ja zwei Varianten zwischen kritisieren, also zwischen einer konstruktiven Kritik anbringen oder sich negativ äußern. Man kann immer mal sehr gern seinen Frust rauslassen, aber es darf halt nicht zu sehr in eine Beleidigung übergehen. Muss man einen Blog haben oder in den Social Medien vertreten sein? Nein, auch das ist keine Pflicht. Ich empfehle es, wenn man es geschäftlich machen möchte. Dann ist es immer gut, einen eigenen Blog zu haben. Da gibt es auch ganz viele Anleitungen dazu im Internet. Also ich kann dann auch ein paar Tipps geben, das ist gar kein Problem. Es ist auch schön, wenn man Videos machen kann, wenn man keine Scheu hat vor der Kamera. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also dann sucht man sich halt einen anderen Weg, um Kunden zu erreichen. Kann man auch als Mann einsteigen? Ja, natürlich. Also ich weiß, dass viele Männer dieses Hobby gerne betreiben. Also ich kenne schon einige Handvoll, aber sich dann doch nicht trauen, jetzt da als Demonstrator aufzutreten. Ich habe auch ein paar Männer in meinem Team und die fühlen sich pudelwohl. Also auch Männer sind sehr herzlich willkommen und von daher feel free. Muss man ein Team aufbauen? Nein. Also wie eben schon gesagt, das ist alles keine Pflicht. Wenn du das aber möchtest, wenn du auch ein kleines Team aufbauen möchtest oder später auch ein großes Team, dann kannst du das natürlich machen. Es ist aber keine Voraussetzung, um Demonstrator zu sein. Muss man an Events teilnehmen? Nein, auch das ist keine Pflicht. Also es gibt ja mindestens zwei Veranstaltungen von Stampin' Up. Da gibt es einmal die große Veranstaltung Ende des Jahres. Das ist so die Jahresendveranstaltung. Ich mache zudem auch einmal im Jahr mindestens ein Teamtreffen. Das ist aber alles freiwillig. Also wenn du es nicht so hast mit Menschen, ist vollkommen okay. Oder mit Menschenmassen ist vollkommen okay. Du musst nicht daran teilnehmen. Aber wenn, das macht schon Spaß. Kann man wieder einsteigen, wenn man einmal rausgefallen ist? Ja, du kannst jederzeit wieder einsteigen. Also wie schon vorhin erwähnt, wenn du die Teamleitung wechselst, also das Team, müssen beim nächsten Einstieg mindestens 90 Tage vergangen sein. Und wenn du aber sagst, ich will bei derselben Teamleitung einsteigen, dann kannst du jederzeit sofort einsteigen. Manchmal gibt es ja so, dass es privat oder beruflich gerade nicht passt. Und dann sagt man, okay, ich will vielleicht in einem Jahr wieder einsteigen. Dann mach das in einem Jahr halt wieder. Vielleicht ist dann auch der beste Zeitpunkt. Darf man nur noch mit Stampin' Up Produkten arbeiten, wenn man Demonstrator ist? Nein, du kannst alles verwenden, was du schon in deinem Schubladen hast oder auch neu kaufst. Das ist egal, ob das von Stampin' Up ist. Ich empfehle es nur, wenn man die Produkte verkaufen möchte. Also wenn man als geschäftlicher Demonstrator auftreten möchte, ist es natürlich vom Vorteil, wenn man dann eben Stampin' Up Produkte verwendet, weil man möchte die ja verkaufen. Damit haben wir jetzt mal alle wichtigen Fragen geklärt, die mir öfters gestellt werden. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, was die Vor- und die Nachteile sind als Demonstrator. Die Vorteile eines Demonstrators sind, man bekommt den Katalog früher, kann dementsprechend auch früher die Produkte kaufen und mit denen natürlich dann auch früher spielen. Man kann auf Events teilnehmen, wenn man möchte. Wenn die Teamleitung Teamtreffen macht, kann man natürlich dann auch auf den Teamtreffen teilnehmen. Man kann auch sparen. Also das habe ich ja gesagt, man fängt an mit 20 Prozent. Man hat dann halt sofort, wenn man die Zugangsdaten hat und seine erste Bestellung machen kann, kriegt man sofort 20 Prozent und später dann, wie gesagt, auch 25 Prozent auf seine Produkte, auf seinen Einkauf. Wenn dann so ein, zwei Kollegen, Freundinnen, Nachbarn mitbestellen, von diesem Verdienst, den du dann bekommst, kannst du ja dann auch wiederum Produkte für dich kaufen. Also es kann sich auch finanzieren von alleine. Und was ich auch toll finde, dass du als Demonstrator genauso die Vorteile eines Kunden genießen kannst. Also wenn du für 200 Euro bestellst, bekommst du als Demonstrator genauso den Shopping-Bonus oder die Celebration-Produkte oder was auch immer. Also wenn es versandkostenfrei ist, auch das, wir kriegen alles, was auch ein Kunde bekommt. Das finde ich mega. Die Nachteile, da musste ich lange überlegen. Wenn man das als Nachteil sehen kann, ist es zum einen, man muss den Mindestumsatz machen. Sonst ist man halt nicht mehr aktiver Demonstrator und man muss sich selber kümmern. Also man muss dann selber die Bestellung aufgeben. Man muss dann selber gucken, dass die Produkte funktionieren, gegebenenfalls einen Umtausch veranlassen. Das sind jetzt so, wo ich sage, okay, das sind jetzt vielleicht Nachteile, aber was anderes fällt mir leider nicht ein. Was heißt leider, ich bin eigentlich froh drum, so einen perfekten Job für mich gefunden zu haben. Ja, wie ich am Anfang erwähnt hatte, wenn ihr Fragen noch habt, wenn noch irgendwas offen ist, dann meldet euch. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit dem Video ein paar Fragen beantworten konnte und ja, dann sehen wir uns dann bald wieder. Bis dahin. Tschüss.